Body Percussion, meine Symbole. Wie arbeitest du mit diesem Auftrag? Du schaust beide Videoklipplein, also YouTube-Filme, die im Auftrag stehen und suchst dort Klänge heraus, die aufgrund vom Körper entstehen. Zum Beispiel Klatschen, Stampfen, Schnippen, auf die Knie schlagen und so weiter. Jetzt, du siehst zum Beispiel, hier ist das Beispiel von Stampfen rechts. Das siehst du jetzt dann gleich im Filmeln auch. Ich habe mir überlegt, das könnte ein Strich und oben ein Stännchen sein. Das ist ein erfundenes Symbol. Du kannst selber Symbole erfinden. Oder zum Beispiel Klatschen könnte so sein, wie so zwei Hände, die zusammen klatschen. Jetzt machen wir ein weiteres Beispiel zusammen. Wir schauen dieses Stück vom Film ein. Okay, jetzt sehen wir hier, er schlägt jeweils mit beiden Händen, jetzt gerade nicht mehr, auf die Knie, auf die Beine. Ich überlege mir das so. Ich mache hier beide Beine und mache zwei Punkte so drauf. Das symbolisiert bei mir die Hände. Und ich schreibe auf, beide Beine klatschen. Wie ein Platz gewesen. Okay, und so gehst du weiter und schaust durch beide Filme, du schaust beide Filme an und suchst verschiedenste solche Symbole und Klänge.